Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie man ganz einfach reichlich reich werden kann. Naja, zumindest in der Theorie. Ich meine, wer kennt das nicht? Mit dem ganzen Stress, Tag ein, Tag aus, da schafft man es halt nicht immer, die Kontrolle über sein Vermögen zu behalten. Gut, ich mache doch für meine Kollegen verantwortlich, aber die mache ich ja auch für alles verantwortlich. Aber kommen wir zur Sache. Ghostfolio, Verwaltung von Portfolio einfach gemacht. Jetzt hier gezeigt, wir installieren das Ganze über Docker. Ich mache das Ganze jetzt hier auf meinem Synology NAS und das funktioniert genauso auf jeder anderen Docker-Plattform, denn der einzige Unterschied, den wir normalerweise mit Synology haben, der kommt hier nicht zum Zuge. Wie dem auch sei, ich habe mich jetzt hier schon auf mein Synology NAS bzw. auf die dortige Portainer-Instanz aufgeschaltet, habe hier die Übersicht meiner Container und wir klicken hier zuerst auf Stacks. Danach auf Add Stack und erstellen uns jetzt hier einen neuen Stack. Link natürlich in der Beschreibung, bringt uns auf die Seite. Hier haben wir wieder die Docker-Compose-Datei, die wir schon in anderen Videos benutzt haben. Die werde ich jetzt hier mal öffnen und gleichzeitig haben wir hier eine Stack-Datei, da wird ebenfalls drauf geklickt, die wird einfach nur runtergeladen. Habe ich jetzt gerade runtergeladen, dann können wir hier weitermachen. Die Einträge aus unserer Docker-Compose-Datei, die kopieren wir einfach hier mit dem Klick auf Copy Raw File. Wenn dann kopiert, gehen wir hier in unseren Web-Editor, fügen das Ganze einfach ein. Ich nehme hier oben noch den Namen, Steuerung C, füge den hier oben rein. Ansonsten einfach den Namen da reinschreiben. So, die Datei, die Docker-Compose-Datei, die ist präpariert für Portainer. Deswegen steht hier überall Stack.env drin. Wenn Sie das Ganze über Docker direkt, also Docker und Docker-Compose aufrufen, dann müssen Sie den Teil entsprechend abändern. Wer das so macht, der dürfte das wissen. Insoweit da jetzt nur der kurze Hinweis drauf. Der Port, der darf nicht schon belegt werden. Wenn wir gleich eine rote Fehlermeldung bekommen nach der Installation, dann wahrscheinlich hier, weil der Port vergeben ist, den dann einfach abändern. So, im nächsten Schritt laden wir uns jetzt noch die Umgebungsvariablen. Da klicken wir hier drauf, wählen das Download-Verzeichnis an. Habe ich jetzt hier schon gemacht. Da ist die Datei, die ich eben runtergeladen habe. Öffnen wir das Ganze und schon werden hier die Felder erstellt und daneben stehen die entsprechenden Werte. Einige dieser Werte sind Platzhalter, die Sie selber noch vergeben sollten, weil sonst müsste das Passwort zum Beispiel hier für die Redis-Datenbank, das ist die Datenbank, in der nachher unsere ganzen Portfolio-Werte abgespeichert werden. Wenn ich da jetzt das Passwort vergeben würde und Sie würden es nicht ändern, dann benutzt nachher noch jeder das gleiche Passwort. Insoweit einfach ein Random-String da einfügen. Ich verzichte jetzt einfach mal auf Umlaute. Machen wir ein paar Zahlen da rein und hier noch ein bisschen was. So, das kann ich mir jetzt kopieren. So, das wird dann ebenfalls noch ein bisschen verfeinert. Hier auch rein. Das muss man sich auch nicht merken. Das gilt alles nur der Sicherheit des Systems. Und zu guter Letzt haben wir das Ganze hier noch und auch hier. Okay. Dann haben wir das alles drin. Deploy geklickt. Einen Moment gewartet. Beim ersten Mal lädt er das runter. Das sind mehrere Images, die runtergeladen werden müssen. Eben einmal für die Datenbank und einmal für Ghostfolio selber. Insoweit, je nach Internetanbindung, dauert das jetzt halt eine Minute oder zwei. Hat das Ganze geklappt, kriegen wir hier oben eine grüne Mitteilung und landen automatisch wieder auf der Übersicht meiner Stackeliste. Hier sollte ich jetzt irgendwo Ghostfolio haben. Da haben wir das Ganze hier. Und hier laufen jetzt die entsprechend erstellten Container. So, hier oben haben wir Ghostfolio, Ghostfolio. Das ist über den Port erreichbar. Das funktioniert alles wunderbar. Öffnen wir das hier jetzt mal. Und so sieht das Ganze aus. Beim ersten Mal klicken wir hier auf Get Started. Create Account. Und jetzt bekommen wir hier einen Security Token angezeigt. Und dieser Security Token, der ist auf der einen Seite unser Passwort und auf der anderen Seite sorgt der für die Verschlüsselung der Daten, die wir da am Ende eingeben. Also keiner ohne diesen Token kommt A in den Account rein und B, gut er kommt nicht rein, weil die Daten nicht entschlüsselt werden können mit diesem Token. Im gleichen Zuge, wenn Sie den mal verlieren, ist der komplette Account, alles was Sie eingegeben haben, automatisch weg. Das heißt, den optimalerweise in einer Passwortverwaltung sichern. Es sei denn eben, Sie über ein Unternehmen nur erste Schritte und wollen mal ein bisschen damit rumspielen. Ich habe mir das jetzt kopiert und jetzt können wir hier einen Account erstellen und dann unsere Vermögenswerte da eintragen. Damit ich jetzt nicht meine Vermögenswerte hier eingeben muss. Wir haben das vor einigen Monaten schon mal im Twitch-Stream gemacht. Da haben wir das nämlich ebenfalls schon mal aufgesetzt. Haben ein paar Zahlen eingegeben, damit ich das eben jetzt hier nicht machen muss. Das habe ich jetzt gerade aufgerufen. Hier werde ich natürlich jetzt nicht Get Started. Get Started wäre eben wieder auch hier ein neuer Account erstellen. Ich werde einfach Sign-In machen und dann wird er hier fragen nach dem Security Token. Den habe ich mir jetzt gerade aus meiner Passwortverwaltung besorgt. Schicken wir das Ganze hier rein. Stay signed in. Sign in. Und hier ist jetzt mein Portfolio. Ich glaube, wir haben ungefähr, so wie ich das jetzt sehe, mit 90.000 US-Dollar angefangen. Haben einfach mal was gekauft und haben dann gesagt, schauen wir mal, wie es sich entwickelt, wenn man mehr oder weniger mit Abwesenheit glänzt. Und das ist der Überblick. Und jetzt kann man hier noch auf die Holdings klicken und dann sieht man dann eben zum Beispiel, so, dann haben wir im Februar, haben wir Rheinmetall gekauft. Gut, das ist der Value jetzt. 24% gestiegen. 8.000 Euro und so weiter und so fort. Ja, und Arm. Naja, deswegen komme ich ja auch nicht von der Stelle. Die sind gefallen. In die Tiefen werde ich jetzt hier natürlich nicht gehen. Wir haben die Möglichkeit, uns hier einen Überblick geben zu lassen. Das Ganze haben wir vor sieben Monaten gemacht. Hier steht es nochmal genauer. Das ursprüngliche Investment war 90.000 Dollar und so weiter und so fort. Und wir sind dann eben jetzt hier Net Performance bei 15%. Hier unten steht irgendwo, ach so, aufs Jahr hochgerechnet, dann 26%. Innerhalb unseres eigenen Accounts können wir mehrere Accounts erstellen. Da kann man einfach hier drauf klicken. Das ist der Default Account. Den haben wir genommen, aber man kann dann theoretisch noch weitere hinzufügen. Einfach hier über die Plus-Taste, um zum Beispiel, naja, einfach mal so zu tun, irgendeine Aktie zu kaufen und dann die zu beobachten, wie die sich denn entwickelt hätte. Und damit das Ganze nicht eben in das eine Portfolio geschrieben werden muss, wo wirklich die Investments drin sind. So, für all diejenigen, die jetzt sagen, ja, reichlich reich werden, das wollte ich auch schon immer mal. Ich habe aber keinen Docker oder ich habe keine Lust, das Ganze aufzusetzen. Die können auch einfach den Web-Bowser öffnen und zu ghostfoli, nee, ghostfol.io surfen. Das ist nämlich der Entwickler der Software und der bietet einfach eine eigene Instanz im Internet an. Da ebenfalls dann Sign-In. Da werden wir wahrscheinlich mit tausend anderen ebenfalls drauf sein. Aber nochmal, durch den Security-Token, der hier erstellt wird, Ach nee, ich muss Get Started klicken. So, durch diesen Security-Token kommt also keiner an die Daten, die wir eingeben, dort ran. Und, ja, wie gesagt, wem das zu unsicher ist oder wer kann, der erstellt sich einfach seine eigene Instanz. Steht also dem reichlich reich werden nichts im Wege. Ich bin gespannt. Okay.